Ja, ich muss wirklich sagen, boah, ich schäme mich richtig. Ich begrüße Sie ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Liebe Fans von Borussia Dortmund, ein herzliches Willkommen zum Feiertagsmagazin. Und heute mit einem Jubiläum. Zum zehnten Mal ist er bei uns, bei mir in der Sendung. Herzlich willkommen, unser Kapitano Marco Reus. Marco, hallo. Hallo Nobby, grüße dich. Ja, zum zehnten Mal im Feiertagsmagazin und bislang auch jedes Mal zu einem anderen Verein. Jetzt also Arminia Bielefeld. Kannst du dir denken, warum? Nee, wie immer natürlich nicht. Ich lasse mich immer bei dir überraschen, Nobby. Bielefeld ist der einzige Bundesligist, gegen den du noch nie gespielt hast. Waren ja auch lange nicht Erste Liga. Das stimmt. Aber du hast 2007 mit Ahlen dein zweites Profitor gegen Bielefeld 2 erzielt. Oh. Und im gleichen Jahr, ein paar Monate später sogar, ein Hattrick gegen die U19 von Arminia. Endstand war übrigens 5 zu 4. Hast du an die beiden Spiele noch irgendwelche Erinnerungen? Jede Menge, Nobby. Ehrlich? Nein, natürlich nicht. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Jetzt bitte, du wirst dich doch an deine Tore erinnern, oder? Ja, nee. Das ist jetzt wirklich zu weit weg. Kann ich mich wirklich nicht erinnern. Auf jeden Fall scheint dir ja Bielefeld zu liegen, wie übrigens die ganzen Debüts in der Bundesliga im BVB-Trikot. In deinem jeweils ersten Spiel, Marco, gegen die aktuellen Bundesligisten, hast du in 16 Spielen 15 Scorer-Punkte erzielt. Und ein paar Highlights davon, die schauen wir uns gemeinsam an. Marco! Jetzt müsst ihr das. D-Baten, people's movements, because they can't do it losers. Part is in my state, with no room on my plate. We're thinking of time safe. Been trying to make time wait. Go harder, just stop. From the bottom to the top. Gotta push through it all. You the one, you the one, do it all. You the one, do it all. Go harder, just stop. From the bottom to the top. Gotta push through it all. You the one, you the one, do it all. Ja, Marco, und jetzt dein Debüt gegen die Bielefelder auf der Alm. Du weißt, das Stadion kann so ein richtig schöner kleiner Hexenkessel werden. Vielleicht bist du ja in deinem Alter auch schon ein kleiner Fußball-Romantiker. Es ist schon schade, dass keine Zuschauer da sind, oder? Ja, brutal. Wir haben es vorgestern mal wieder erlebt, Champions League zu Hause. Da wäre die Hütte eigentlich voll gewesen. Und natürlich ist es extrem schade, dass wir vor leerem Rennen spielen müssen. Aber das ist die momentane Situation, in der wir uns befinden. Und da müssen wir uns natürlich auch unterordnen. Und wir sind natürlich trotzdem froh, dass wir unserem Beruf einfach nachgehen können und einfach Fußball spielen dürfen. Ja, stimmt. Lieber ohne Zuschauer als gar nicht. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Wir haben gerade natürlich englische Wochen, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag. Wir haben auch die große Belastung schon sehr, sehr häufig angesprochen. Du bist jemand, der gerade aus einer längeren Verletzung kommt. Was sagt dein Körper aktuell? Wie geht es dir? Ausgezeichnet. Ja, ich hatte jetzt in den letzten Spielen, habe ich jetzt natürlich nicht immer von Anfang angespielt oder immer 90 Minuten in den Beinen gehabt. Aber ich fühle mich sehr gut. Die Spiele oder jedes Spiel gibt mir sehr viel Vertrauen in meinen eigenen Körper. Einfach den Rhythmus, den ich dann brauche. Von daher sind die Spiele jetzt, die wir momentan haben, für mich eigentlich sehr gut. Natürlich ist die Belastung auch extrem hoch. Aber ich glaube, der Trainer hat das in den vergangenen Spielen gut gemeistert und wird es jetzt auch in den nächsten drei Spielen noch gut meistern, bis dann die Länderspiele kommen. Und dann, glaube ich, danach geht es sogar noch heftiger zur Sache. Von daher wird es nicht weniger. Aber für uns ist es kein Problem. Wir müssen alles dafür tun, gesund zu bleiben, gut zu regenerieren. Wir haben ganz, ganz wenige intensive Trainingsanheiten, was einfach sonst nicht machbar ist. Und bereiten uns dann einfach immer wirklich fast von Tag zu Tag auf das nächste Spiel vor. Aber wir freuen uns auch drauf. Ich meine, es gibt nichts Schöneres, als immer auf dem Platz zu stehen, im Stadion zu sein und spielen zu dürfen. Von daher gibt es da keine Lammatiererei. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass du natürlich verletzungsfrei bleibst. Lucien Favre sprach am Mittwoch von zwei Bussen vor den Toren oder vor dem Tor. Das kann natürlich am Samstag auch passieren gegen Arminia. Welche Lehren zieht ihr aus dem Sieg vom Mittwoch? Ja, es kann natürlich schon passieren, dass es morgen genauso der Fall sein wird. Natürlich werden sie uns analysiert haben, obwohl Bielefeld eigentlich auch letztes Jahr in der zweiten Liga und jetzt in den ersten Spielen in der Bundesliga eigentlich dafür bekannt geworden ist, dass sie auch fußballerisch Fußball spielen wollen, wenig lange Bälle in Anführungsstrichen schlagen. Für mich persönlich hoffe ich oder für uns, dass es genauso wird, dass es einfach ein fußballerisches, gutes Spiel wird. Natürlich mit dem besseren Ende für uns. Und dann müssen wir einfach, falls sie doch zwei Busse parken werden, müssen wir einfach natürlich vorne viel, viel zielstrebiger werden. Dann einfach mehr in den gefährlichen Räumen anbieten und mehr zum Abschluss kommen, um dann mehr Gefahr einfach vom Tor auszustrahlen. Aber so welche Spiele gibt es einfach, wenn du zu Hause spielst gegen einen Gegner, der wenig für das eigene Spiel tut. Dann ist es einfach wichtig, dass du das Spiel gewinnst. Heute fragt keiner mehr danach, wie du es gewonnen hast, sondern nur wie viel es ausgegangen ist. Von daher haben wir unser Soll erfüllt und freuen uns auch morgen auf das Spiel. Jetzt geht es in Zweikampf. Wir haben ja schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, du hast noch nie gewonnen. Ja, ich muss wirklich sagen, ich schäme mich richtig. Das ist richtig so, jedes Mal, wenn ich weiß, ich komme zu dir, habe ich eigentlich immer ein richtig gutes Gefühl. Aber das ist auch die Erfahrung, die du einfach hast. Na ja, jetzt haben wir aber wieder ein neues Spiel. Ja, habe ich schon gehört. Wir müssen aber erst mal gucken auf die Auswertung vom vergangenen Spiel, vom Spiel gegen die Blauen. Also viele Punkte gab es an unserer Derbywand wirklich nicht zu holen. Und bei den wenigen hat Thomas Meunier mit 2 zu 1 gegen Ovo gewonnen. Also Ovo hat sich jetzt auch nicht für Höheres empfohlen. Er hat damit jetzt seine beiden Duelle zuletzt verloren. Und so liege ich. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich traue mich auch kaum vorzulesen. Mit 14 zu 21 hinten. Also unsere Profis liegen klar vorne. Da muss ich jetzt aufholen. Und Marco ist da ein dankbarer Gegner. Er wird mir sicherlich dabei helfen. Hier ist die Spielwand zur Partie gegen Arminia Bielefeld. Ich bin ja ein freundlicher Gastgeber. Du darfst natürlich beginnen. Ist doch klar. Ich bin gespannt, was du jetzt als erstes sagst. Ja, Nobby, vielen Dank. Ja, ich nehme mich mal selber und ich sage, Marco kompletiert seine Bundesliga-Torliste. Okay. Ich gehe ein Stück weit weiter und sage, Marco macht zum 50. Mal das 1 zu 0. BVB bleibt beste Abwehr der Liga. Das ist ja einfach. Das ist ja auch nicht. Es gibt ja auch nur einen Punkt. Also deshalb. Also ich gehe aufs Ganze und sage, die Bielefelder sind kreativ. Und die werden irgendwo im Stadion Kürbisköpfe aufstellen. Ja, das glaube ich. Glaube ich gar nicht. Ganz ehrlich. Alle 31 drin. Was war das nochmal? Axel, Mats, ich und Sven Schiplock. Schiplock, hm. Boah, dann muss ich den Uwe Neuhaus mal anrufen. Ja, das ist aber jetzt auch. Du kannst ihn doch jetzt nicht einfach anrufen und sagen, wechsle auf jeden Fall den Schiplock rein. Ich habe eine Wette mit Nobby laufen. Ah, dadadadadadadada. Ja, ich muss draufgehen. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, hey. So liebe ich dich. Ganz genau. Und ich mache einen Punkt, der ganz sicher ist, dass Halloween 1 für Arminia gibt Sauros. Das heißt, wir gewinnen gegen Arminia Bielefeld. So, jetzt haben wir die Tipps im Sack. Ich bin mal gespannt, was morgen so alles passiert. Marco, beim letzten BVB-Auswärtssieg in Bielefeld, da hast du in der E-Jugend gespielt. Was macht dich optimistisch, dass wir nach über 20 Jahren wieder mit drei Punkten nach Dortmund kommen? Sehr viel, Nobby. Wie ich das schade schon gesagt habe, wenn wir die beste Abwehr der Liga bleiben, bedeutet das, dass wir kein Gegentor bekommen. Spitzenreiter auch. Wir sind immer dafür gut, ein Tor zu schießen. Und natürlich ist es unser Ziel, dort zu gewinnen. Und wir gehen alle davon aus, wir haben trotzdem ein hartes Stück Arbeit, wie die anderen Spieler auch. Und ja, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und deshalb gibt es dafür keine zwei Meinungen, sondern nur eine. Und das heißt, voll auf Sieg. So sieht es aus. Schön. Du wirst aber auch wieder gegen mich verlieren. Ist aber auch nicht so schlimm. Mir ist lieber, du gewinnst am Samstag in Bielefeld, als jetzt beim Spiel, beim Feiertagsmagazin. Ja, das war schon das Feiertagsmagazin. Schade. Ihr drückt natürlich auch die Daumen unseren Jungs, egal wo ihr seid. Bei Sky im Stadion ist ja keiner. Oder sind Zuschauer da? Nein, keiner. Ihr könnt natürlich auch das objektivste Radio der Welt hören. Das ist natürlich auch live mit dabei. Marco schießt das 1 zu 0. Und es wird einfach ein schöner Samstag. Da freue ich mich riesig drauf. Noch mehr möchte ich mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast heute wieder einen vollen Terminkalender. Trotz alledem gesagt, ich werde pünktlich da sein. Das finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, Marco. Bleib gesund. Für dich immer, Nobby. Für dich immer. Alles klar. Mach's gut, mein Freund. Mach's gut. Tschüss, mach's gut. Du auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.